»Kinder sind zum Kotzen«, schrie die hohen Großmeisterhexe. »Wir werden sie alle verschwinden lassen. Wir werden sie wegpusten vom Angesicht der Erde. Wir werden sie durchs Kanalgitter spülen.« »Ja, ja«, jubelte die Versammlung. »Vertreiben, von der Erde pusten, durchs Kanalgitter spülen.« »Kinder sind dumm und dreckig«, donnerte die hohen Großmeisterhexe. »Und ob sie das sind, und ob sie das sind«, antwortete der Chor der englischen Hexen. »Sie sind dumm und dreckig. Kinder sind faul und fett«, schrie die hohen Großmeisterhexe. »Faul und fett«, schrie das Auditorium, das allmählich in Fahrt kam. »Kinder riechen nach Hundekötteln«, kreischte die hohen Großmeisterhexe. »Pfui«, schrie das Publikum. »Pfui, pfui, puh.« »Sie sind viel ärger als Hundeköttel«, heuchelte die hohen Großmeisterhexe. »Hundeköttel riechen im Vergleich zu Kindern wie Tulpen und Pfeilchen.« »Tolpen und Pfeilchen«, jubelten die Zuhörerinnen. Sie klatschten wie wild und begrüßten fast jedes Wort mit Beifall, das vom Podium kam. Die Rednerinnen schienen sie vollkommen unter ihre Fuchtel bekommen zu haben. »Über Kinder sprechen macht mich Gottselend«, rief die hohen Großmeisterhexe. »Es kommt mir schon hoch, wenn ich nur an sie denke. Hol mir einer einen Eimer.« Die hohen Großmeisterhexe hielt inne und musterte das Meer von eifrigen Gesichtern zu ihren Füßen. Sie warteten, sie wollten mehr. »Also jetzt«, bellte die hohen Großmeisterhexe, »jetzt kommt mein Plan. Ich habe einen gigantischen Plan ausgearbeitet, um alle Kinder in ganz England loszuwerden.« Die Hexen rissen den Mund auf, sie keuchten, sie schauten einander an und grinsten vor Aufregung wie Gespenster. »Jawohl«, donnerte die hohen Großmeisterhexe, »wir fegen sie fort, wir pusten sie weg, und wir werden alle stinkigen kleinen Kröten in England auf einen einzigen Streich verschwinden lassen.« »Hurra!«, kreischten die Hexen und klatschten in die krallen Hände. »Du bist herrlich, euer Hochgeboren! Du bist fabelhaft!« »Haltet die Klappe und sperret die Ohren auf!«, fuhr sie die hoch- und Großmeisterhexe an. »Hört haargenau zu, damit es mir keine durcheinander bringt!« Die Zuhörerinnen beugten sich vor und warteten gespannt, wie sich dieser Zauber bewerkstelligen lassen sollte. »Eine jeder von euch!«, donnerte die hoch- und Großmeisterhexe. »Geht Spornstreiks in ihre Heimatstadt zurück!« »Und kündigt ihre Arbeit!« »Kündigen! Zurückziehen! In Rente gehen!« »Das machen wir!«, schrien sie durcheinander. »Wir geben unsere Arbeit auf!« »Und nachdem ihr eure Arbeit niedergelegt habt!«, fuhr die hohen Großmeisterhexe fort. »Macht sich jede einzelne von euch auf und kauft!«, sie hielt inne. »Was sollen wir kaufen?«, riefen sie. »Sag's uns, du kluger Kopf! Was sollen wir denn kaufen?« »Süßwarenläden!«, rief die hohen Großmeisterhexe. »Süßwarenläden!«, japsten sie. »Wir sollen Süßwarenläden kaufen?« »Was für eine wahnsinnig süße Idee!« »Jeder von euch wird sich einen eigenen Süßwarenladen kaufen!« »Und ihr werdet die erstklassigsten und respektabelsten Süßwarenläden von England erstehen!« »Das werden wir! Und ob wir das werden!«, antworteten sie. Ihre fürchterlichen Stimmen dröhnten und schrillten wie ein Chor von Bohrmaschinen, die alle Zahnärzte auf einmal laufen ließen. »Und ich will keinen Billigladen haben, verstanden! Keine trockenen Kekse im Sonderangebot!«, rief die hohen Großmeisterhexe. »Glasse Läden will ich haben! Gisten und Kasten mit besten Pralinen und Schokoladenwaren!« »Das Allerbeste!«, schrien sie. »Wir kaufen die besten Süßwarenläden der Stadt!« »Beim Kauf werdet ihr keine Probleme haben!«, rief die hohen Großmeisterhexe triumphierend. »Denn ihr könnt viermal so viel bieten, wie ein Laden wert ist! Und so ein Angebot schlägt keiner aus! Geld ist kein Problem! Wir uns Hexen, wie ihr ja wisst! Ich habe sechs Koffer vollgestopft bis an den Rand, mit englischen Banknoten mitgebracht! Alle appetitlich neu! Und alle miteinander!«, setzte sie mit einem tückischen Grinsen hinzu, »Frisch aus englischen Landen!« Die Hexen im Saal grinsten zurück, denn das Wortspiel machte ihnen Spaß. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine törichte Hexe von den vielen Möglichkeiten, die der Besitz eines Süßwarenladens eröffnete, schon vollkommen verwirren lassen, und sie sprang auf und jubilierte, »Die Kinder werden in Scharen in meinen Laden gelaufen kommen, und ich werde sie mit vergifteten Süßigkeiten und vergifteter Schokolade füttern, und dann fallen sie um wie die Fliegen!«, Plötzlich wurde es ganz still im Saal. Ich sah, wie sich der winzige Körper der hohen Großmeisterhexe straffte, und dann vor Zorn nur so zuckte. »Wer hat da gesprochen?«, schrie sie. »Du bist das gewesen! Du da drüben!«, Die Schuldige ließ sich erschrocken auf ihren Sitz fallen und bedeckte das Gesicht mit ihren klauen Händen. »Du katastrophaler Kürbis!«, schrie die hohen Großmeisterhexe. »Du hirnloser Holunderbusch! Kapierst du denn nicht, dass sie dich in fünf Minuten am Schlafittchen haben, wenn du durch die Gegend rennst und Kinder vergiftest? Wirklich, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen so hanebüchenen Unsinn von einer Hexe zu hören gekriegt!« Das gesamte Publikum zog den Kopf ein und zitterte und bebte. »Ich bin fest davon überzeugt, dass sie alle dachten, wie ich übrigens auch. Gleich pfiffen ihnen wieder die weißglühenden Funken um die Ohren.« Merkwürdigerweise geschah das aber nicht. »Wenn du schon auf solche idiotische Ideen kommst!«, donnerte die hohen Großmeisterhexe, »dann ist es wirklich kein Wunder, dass ganz England nur noch von beknackten kleinen Kindern wimmelt!« Wieder ein tiefes Schweigen. Die hohen Großmeisterhexe starrte ihr Publikum an. »Wisst ihr denn nicht?«, schrie sie sie an. »Dass wir Hexen nur mit Zauberkräften arbeiten?« »Das wissen wir, euer Hochgeboren!«, antworteten sie alle miteinander. »Das wissen wir natürlich!« Die hohen Großmeisterhexe rieb ihre hageren, behandschuten Hände und rief dann, »Jeder von euch besitzt also einen großartigen Süßwarenladen! Der nächste Schritt besteht nun im Folgenden. Jeder von euch wird im Schaufenster ihres Ladens ankündigen, dass von einem bestimmten Tag eine große Galaeröffnung standfinden wird, mit Bonbons und Schokolade gratis für jedes Kind!« »Das wird sie in den Laden bringen, die geringen kleinen Racker!«, schrie das Publikum. »Sie werden sich gegenseitig die Augen auskratzen, um durch die Türen zu kommen!« »Als nächstes«, fuhr die hohen Großmeisterhexe fort, »werdet ihr euch auf diese Galaeröffnung dadurch vorbereiten, dass ihr jede Schokolade und jede Praline in eurem Laden mit meinem neuesten und größten Zaubermittel füllt. »Es trägt den Namen Formular 86, Ritard, Mausemutarium!« »Ritard! Ein verzögerter Zauber! Ein Mausemutarium!«, julten sie. »Sie hat es wieder einmal geschafft! Ihre hochgeborene Hoheit hat wieder einen von ihren klassischen Kinderkillern entwickelt! Ein neuer Zauber! Was sollen wir damit machen, du Superkluge?« »Fasst euch in Geduld!«, antwortete die große Hexe. »Zuerst werde ich euch erklären, wie meine Formular 86, wie Tarte Mausemutarium wirkt. Hört genau zu!« »Wir hören!«, riefen die Tagungsteilnehmerinnen, die jetzt vor lauter Aufregung auf ihren Stühlen auf- und abhüpften. »Das Mausemutarium ist eine grüne Flüssigkeit«, erklärte die hohen Großmeisterhexe. »Ein einziger Tropfen in jedem Stück Schokolade oder Bonbon ist vollkommen ausreichend.« »Und nun aufgemerkt, geschehen wird folgendes. Kind isst Schokolade mit einem Tropfen Formular 86, Mausemutarium. Kind kommt heim und fühlt sich wohl. Kind geht zu Bett, es geht ihm immer noch gut. Kind wacht am nächsten Morgen auf, immer noch okay. Kind geht zur Schule, immer noch gesund. »Formula 86, das habt ihr ja gehört, ist ein verzögerter Zauber, und er wirkt immer noch nicht.« »Ja, ja, wir verstehen, oh Meistergescheite«, schrie das Publikum. »Aber wann fängt es denn dann an zu wirken?« »Es wirkt genau um neun Uhr, wenn das Kind in der Schule ankommt«, rief die hohen Großmeisterhexe triumphierend. »Kind kommt in die Schule!« »Verzögerter Zauber fängt sofort an zu wirken. Kind beginnt zu schrumpfen. Kind kriegt ein Fell. Kind kriegt einen Schwanz. Und das passiert genau 26 Sekunden später. Nach 26 Sekunden, Kind ist klein. Kind ist kein Kind mehr. Kind ist Maus.« »Eine Maus!« kreischten die Hexen. »Was für eine entzückende Idee!« »Glassenzimmer wird von Mäusen wimmeln«, rief die hohen Großmeisterhexe. »Chaos und Durcheinander bricht in allen Schulen in England aus. Lehrer werden den Verstand verlieren. Lehrerinnen werden auf die Bulte springen und die Röcke raffen und Hilfe, Hilfe, Hilfe schreien!« »Ja, ja, das werden Sie tun, wahrhaftig! Das werden Sie tun!« schrien die Zuhörerin. »Und was?« rief die hohen Großmeisterhexe in den Lärm. »Was wird als nächstes in jeder Schule passieren?« »Sag's uns!« riefen sie. »Verrate's uns, o Blitzgescheite!« Die hohen Großmeisterhexe schraubte ihren senigen Hals nach vorn und grinste die Hexen an. Dabei entblößte sie zwei Reihen spitze und blassblaue Zähne. Dann erhob sie die Stimme noch mächtiger denn je und donnerte. »Die Mausefallen werden rausgeholt!« »Mausefallen!« stöhnten die Hexen. »Und Käse!« rief die hohen Großmeisterhexe. »Die Lehrer rennen durcheinander und rennen raus und beschaffen sich Mausefallen und setzen den Käse als Golder ein und stellen sie überall in den Schulen auf den Fußboden. »Mäuse knabbern Käse! Mausefallen klappen zu! Klapp, klapp, schnapp, schnapp!« So machen die Mausefallen in Schulen. Die kleinen Mauseköpfe gullern wie die Glicker über den Fußboden. In ganz England, in jeder Schule in England, wird man das Zuschnappen der Mausefallen hören!« In diesem Augenblick begann die widerwärtige alte Großhexe auf ihrem Podium eine Art von Hexentanz zu vollführen, wobei sie mit den Füßen trampelte und in die Hände klatschte. Die gesamte Zuhörerschaft fiel ein und klatschte und trampelte ebenfalls. Sie vollführten einen solchen Lärm, dass ich dachte, Mr. Stranger würde es hören und angelaufen kommen und an die Tür hämmern, aber das tat er nicht. Dann vernahm ich über all dem Getöse die Stimme der hohen Großmeisterhexe, die mit schriller Stimme irgendeinen Beschwörungs-Singsang anzustimmen schien. »Nieder mit Kindern und macht damit schnell, kocht ihre Knochen und gerbt dann ihr Fell, zwickt sie und zwackt sie und haut sie zu Mus. Eine Nuss an die Nase, einen Tritt auf den Fuß, stopft sie mit Zauberpralinen voll und mit Zucker und Bonbons, das finden sie toll. Sie sind dann morgens zur Schule gegangen, hat sie um neun unser Zauber gefangen. Mausefell wächst und Mäuseschwänze sprießen, ein Schnauzbart beginnt am Kind zu schießen. Kinder, einst groß, sind plötzlich ganz klein. Sie schreien, wie kann das bloß sein? Mädchen fühlen sich krank und blass und hauchen, was ist nur mit mir, was? Kinder sind Mäuse und Lehrer sind blind. Sie jagen die Mäuse, die Kinder sind. Sie spannen die Fallen, die Falle macht schnapp und schlägt den Mäusen die Köpfe ab. Das ist für Hexen süße Musik und damit feiern sie ihren Sieg, denn es geschah, was wir geplant. Kein Kind gibt's mehr in diesem Land. Das ist für Hexen süß.